Das macht uns gut. Ja, wir gehen in die zweite Runde. Oh, oh, das sieht nach einem Kopf wie aus. Das Auge spielt immer weiter zu. Oh, ein Round-Off-Kick. Oh, schön abgeklappt. Schöne linke Oberhand, aber daneben. Der Kamp ist vorbei. Was für eine knallharte Ecke. Klasse Kopftreffer. Oh, ja, eine tolle Kombination. Der Jett kommt da. Sein rechtes Auge spielt zu. Der Kamp ist zu Ende. Oh, starker Teil des Kampfs. Der hat den Kamp. Das macht uns sehr gut. Der Kamp ist zu Ende. Das war absolut richtig, dass der Ringrichter diesen Kamp beendet hat. Der Kamp ist zu Ende. Es ist ein Schritt. Und jetzt steigen wir ein. Er trifft mit der Runde. Ja, der Angriff zum Kopf. Er ist mit dem. Was für ein Niederkampf. Oh, er ist jetzt die Frau am Ziel! Und der Feind ist zu Ende. Das macht. Hier war von Anfang an zu erkennen, wie heiß er war. Und los geht's. Guter Kriegstuf. Oh, der Treffer zeigt Wirkung. Ja, ist gar kein Ammerkant. Von mir der Ammerkant. Er ist abgeschlagen. Und das ist der Fall. Auch die Rechner sind. Er war in diesem Kampf von der ersten Sekunde an voll geahm. Das hat sich richtig ausgezahlt. Er hat seinen Gegner kalt erwischt und gleich auf die Bretter gespielt. Schauen wir uns die Wiederholung an. Hier der Lockdown in einer anderen Einstellung. Und jetzt zu Bruce Brown. Park Coleman setzt seine Kampfstrategie hier perfekt um. Ja, genau so hatte er sich das wohl vorgestellt. Mit einem schnellen Takedown gefolgt von diesem heftigen Ground-and-Pound. Ja, schön abgewischt. Voller Leck. Der hat mein Vorjahrs angebracht. Und der schickt ihn wieder zurück. Er hat mit der Echt. Er ist jetzt in der Half-Card. Gute Position. Er ist in der Full-Mount. Ja, ja, dann geht er in die Back-Mount. Er kämpft aus der Half-Card. Oh, 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 oh. Das Auge ist ziemlich zugefallen. Er könnte definitiv was gebrochen sein. Ja, gut, das Ground-and-Pound. Ja, gut, das Ground-and-Pound. Oh, direkt gesitzt. Oh, heftig. Das Ground-and-Pound. Die rechte Pounds go, do something. Come on. Ja, ja, ja. Put a needle back to the record, baby. And give me the Hitch-like, man. Ach, wie der Hackel. Aber noch nicht. Beide. 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 Richtig aus. Oh, Lefant ist jetzt hier geschlagen. Schlange. Ach, wie der Hackel. Der Kampf ist vorbei. Das war überragend, wie er diesen Kampf beendet hat. So ein Kampf muss man erstmal landen. Seht uns mal unsere Wiederholung des Kampfes an.